Das Hotel Niagara liegt in Playa Plata de Palma in Mallorca. Das Hotel Niagara ist beliebt unter den Gästen, 82% empfehlen das Hotel weiter. 429 Gäste haben das Hotel als gut bewertet. Durchschnittlich wurden 4,5 von 6 Sonnen vergeben. Nun die Bewertungen im Detail, Lage und Umgebung. Das Hotel hat eine sehr gute Lage, was sich durch die Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe, gute Verkehrsanbindung, Bars und Restaurants um die Ecke sowie Entfernung zum Strand auszeichnen kann. Es werden 5,6 von 6 Sonnen vergeben. Service. 4,5 von 6 Sonnen erhält das Hotel für den Service. Dieses spiegelt den guten Service des Hotels wieder. Zimmer. Für die zufriedenstellenden Zimmer in diesem Hotel vergeben die Gäste 4,4 von 6 Sonnen. Sport und Unterhaltungsprogramme. Die guten Sport- und Unterhaltungsmöglichkeiten in diesem Hotel sind den Gästen 4,4 von 6 Sonnen wert. Gastronomie. Das Angebot der Küche dieses Hotels entspricht den Erwartungen der Gäste und wird mit 4,3 von 6 Sonnen als gut bewertet. Hotel allgemein. Sauberkeit und Zustand des Hotels sind gut und erhalten eine Bewertung von 4,2 von 6 Sonnen. Das waren Informationen zu der Lage, Service und Ausstattung des Hotels. Angebote und weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie dem Link unterhalb des Videos folgen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank.